Bei der grafischen Arbeit ist es wichtig, Elemente pixelgenau positionieren zu können. Dies können Sie im Camtasia Studio tun, indem Sie auf der Zeichenfläche ein Element markieren und dann mit den Cursor-Tasten nach links, oben, unten oder rechts das Element jeweils um einen Pixel verschieben. So können Sie beispielsweise sehr genau Callouts positionieren.